Kerstin Felke, nehmen Sie den Wurf, scheitert erneut. Es ist natürlich keine Vorbereitung. So ein Wurf ist ohne Vorbereitung als Fernwurfschütze schlecht. Keiner spielt miteinander, keiner spielt miteinander. Der Aufwurfspieler muss seine Chance selber entwickeln und dann kommt natürlich so ein Fehlwurf raus. Richtig, gerade heute, wo es nicht läuft, muss man sich doch die sicheren Bälle suchen, nicht die Spiel regeln. 14. Elfe pro Sport. 8,5 Minuten gespielt, jetzt hat Anna Pöschel mal einen Ball bekommen. Tini Schröder kriegt den Ball aber dann festgelaufen und Schwerin muss neu anlaufen. 1,5 Minuten vor Ende der ersten Hälfte. So hat man sich das auf Schwerin nicht vorgestellt. Das kann ich mir vorstellen, aber das ist der Handball nun mal. Der lebt aus den Situationen, wie sich das stellt. Ich denke mal, man sieht gerade, wie die Kraft die Mannschaften insgesamt verlässt. Es ist ein bisschen ein Hackspiel gerade und ich denke mal, dass Leute mit klaren Sachen besser lösen. Ja, man muss jetzt in Schwerin, sagt man, die einfachen Sachen spielen, um hier ins Spiel zu kommen. Und das vermisse ich ein bisschen bei Grün-Weiß gerade. Auf der Hand schlechter Pass haben sie Glück, dass sie den Ball überhaupt wieder kriegen. 30 Sekunden noch in der Herbstzeit. Das sah ja schon aus wie ein Stürmerfoul. Der Ball war weg, die Spielerin zieht. Und Tini Schröder nach dem Mannspiel von Kerstin Völkern. Und so gehen wir mit 14 zu 12 in die Halbzeit und freuen uns auf eine spannende zweite Hälfte. Weil die scheinen Kippe ist. Auf geht's. Zweite Halbzeit. Profosport 24. Berlin gegen SV Grün-Weiß Berlin. Und die Vorzeichen hatten das versprochen, was wir hier schon erwartet haben. Profosport gut in das Spiel gekommen. Fürst zur Halbzeit mit 14 zu 12. Und Schwerin ja jetzt mit Marie Kinscher von außen. Bleib bei Nummer 4. 14 zu 13. Er hat Schwerin Glück, dass sie natürlich anwerft, zweite Hälfte. So können sie das erste Mal wieder seit langer Zeit auf ein Tor verkürzen. Wir werden sehen, wer den besseren Start aus dieser Halbzeit bekommt. Damit ist der Nebepalt zu rechnen. Und Anna Pöschel. Das war ein klasse Kreisanspiel vorher. Von Konrad. Den muss sie natürlich, die Lisa Schönfeld, muss sie natürlich versenken. Die ist Linkshand und dreht sie in die richtigen Richtung und muss sie natürlich versenken. Und jetzt gibt es sieben Meter und da kann er mir schon Angst und Bange werden für Schwerin. Für Grünball Schwerin. Und hinter uns sollten wir uns gerade die Fans sagen, eigentlich können wir uns gar nicht freuen. Es gibt sieben Meter vor uns. Ich denke mal, hier gibt es ein generelles Problem, gerade Haftmittelverbot besteht in dieser Halle. Ich denke mal, die Schiedsrichter werden jetzt den Ball tauschen und müssten natürlich einige Spielerinnen zum Waschen schicken. Es ist ja ein generelles Thema für die Hallen, mit dem Haftmittel, mit der absoluten Verschmutzung. Und das ist in Berlin in diesen Spielklassen nicht zulässig. Jetzt die erfahrenste im Schweriner Team, Antje Tormann. Marie Kinscher mit dem Nachwurf, der ist drin. Und ich habe schon einiges im Handball erlebt, aber fünf, sieben Meter alle verworfen, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, die Nerven spielen nach wie vor eine große Rolle. Da haben gerade bei der erfahrensten Antje Tormann, hätte man gedacht, die Nerven spielen nicht mit. Aber so kann man sich irren. Und jetzt der Wurf von der Aussehenden ist drin. Die Führung für ProSport. Er geht natürlich durch die kurze Ecke, was eigentlich nichts verändern darf. Dieser Schönfelder mit ihrem dritten Treffer. Schwerin ging gerade in 1-4-2 über und wollte eine neue taktische Maßnahme darstellen. Ja, beim ProSport nehmen wir es ein 5-1-System. Kini Schröder. Ebenfalt mit ihrem fünften Treffer. Und sie hat eben etwas beherzigt, was mir ein Handballlehrer mal sagte, man kann nicht unter dem Tor durchwerfen. Nur oben drüber und der war abgestanden. Schade, aber es war auch eine sehenswerte Aktion, diesen Heber mal zu ziehen. Ja, und jetzt erst mal die Chance hier für Schwerin wieder in Führung zu gehen. Und durch den Kreis gelaufen. Ja, in der falsche Sperre. Falsche Sperre. Da ist die Möglichkeit wieder dahin und entgegen die Möglichkeit von Antonia Weckel. Zweiter Treffer, 16-15. Und Marie Kindscher setzt sich da durch. Pfosten! Antje Tormann und sieben Meter. Ja, leider im Vorfeld der Außen über Außen mit Schritten, die die Schiedsrichter einfach laufen lassen. Dann kommt es halt hinterher gar nicht zu dieser Sieben-Meter-Situation. Ja, und jetzt der erste doppelte Wendy Künzler mit Versuch Nummer 2 bei sieben Meter Nummer 6. Und zwei Minuten. Und der erste andere Renn. Wendy Künzler mit Fabian Nummer 3, 16-16. Und zwei Minuten Strafe gegen Antonia Weckel. 16-16. Und der Schein-Sperrin doch etwas besser aus der Halbzeit gekommen. Aber die Unsicherheiten bleiben. Und jetzt der Konte... Aber die Konte-Bälle kommen heute nicht an. Antje Tormann auf Jola Benk nicht zu holen. Und der schnelle Spiel jetzt von Pro Sport. Aber das war natürlich ein schlechter Pass. Glück, dass sie ihn wiederkriegt. Das sind typische Aktionen einer A-Jugendlichen, die eine Situation sehen, die gar nicht da ist. Wie eben im Moment. Das sind die Erfahrungen, die diese Spielerinnen noch sammeln müssen. Ja, hier in Ostsee-Sprilieger haben sie jetzt natürlich die Möglichkeit dazu. Und da setzt sie sich schön durch. Und macht den Treffer, Laura Konrad. 17-16. Schön durchgesteckt. Tini Schröder und Sabine von Angern. Der Torhüter hält natürlich in dem Moment diesen Torerfolg auf. Zum Glück für die in Unterzahl spielenden Pro Sportler. Aber man hat ja noch mal gesehen, bis jetzt steht dieses Überzahlverhältnis von Schwerin in keinem Verhältnis zu diesem Unterzahlverhältnis von Pro Sportler. Wir haben kein Mittel, dieses Überzahlverhältnis klarer zu spielen. Ja, und jetzt wirkt an der Pöschel ist da dran. So gibt es einen Abwurf für Schwerin. Aber richtig, das Überzahlspiel ist sehr, sehr schwach von Schwerin heute. Und Marie Kinscher mit dem nächsten Versuch runter sind. Treffer Nummer 6. 7-7. 17-17 natürlich. Sehr gut. Sehr gut. Und da ist die Lücke und Anna Pöschel und Versuch Nummer 2 ist dann drin. Und da hat die Schwerin der Torhüterin endlich mal den Bein dran und der Nachwuchs ist dann trotzdem drin. Glück für Schwerin in der momentanen Situation. Glück für Schwerin. Die Entscheidung der Schiedsrichter werden sich nicht verändern, scheinbar in der Schrittregel. Mit zunehmender Spieldauer bei knappen Spielspann wird das Spiel natürlich auch hektischer. Und Kinscher sucht sich da die Lücke, ist nicht vorhanden. Trotzdem Glück dabei bleibt bei Schwerin. Und Künzl und der Puff im Giebel. Treffer Nummer 4. War schon ein ordentlicher Wurf in Dreihangel. Ja, vielleicht ein Weckruf, den Schwerin gebraucht hat. Sie versuchen sich ja ins Spiel zu arbeiten. Und der ist drin. Also ich hätte da jetzt den Pass an den Kreis favorisiert, aber letztendlich der Ball ist drin und dann wird das zählt. Der Torhüter schien sich auch auf den Kreisspieler eingefuchst zu haben, um den Abschluss von dem zu erwarten. Ja, bei Schwerin Gustloff findet er die Lücke zwischen zwei Händen, die natürlich auch nicht sein darf. Und dann mit Glück, auch wenn der Torhüter noch dran ist, ist der Ball drin, 18 zu 19 für ProSport24. Und da jetzt das Kreis ans Spiel und er ist drin. Das sind natürlich Tore, die so nicht fallen dürfen. Ja, die Kreisspielerin jeglich im Schwung genommen, die stand ja nur noch. Und der Ball ist jetzt vorbei, das war auch schön rausgespielt. Und jetzt erneut die Chance für Schwerin hier in Führung zu gehen. Oh, da hat sie sich nicht abgesetzt, da wurde sie gesperrt. Die Antitoren an die Kreisläuferin erfolgreich. Und da abbrucht das Angriff sie jetzt aufgrund einer Verletzung. Der Schiedsrichter auch mit wenig Fingerspitze, die Fülle verheift den Konter zurück. Das ist natürlich nicht üblich. Konter ausspielen lassen, so steht es in den Regeln. Aber er hat da Rücksicht auf die Spielerinnen genommen. Dieser Schönfelder liegt da am Boden und wir hoffen, dass nichts Schlimmeres ist. Bisschen am Knöchel. Und da ist sie wieder auf den Beinen, kann wieder gehen. So hoffen wir uns das. Ich denke mal, für beide Mannschaften ist nach noch bei verbleibenden 20 Spielminuten die Chance immer noch Pari-Pari. Und ich denke, wer jetzt sein Konzept durchsetzen kann, der wird auch zum Ende die Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, aber genau das ist es. Es sind noch 20 Minuten zu spielen und wir gehen so langsam und allmählich in die heiße Phase dieses Spiel. Und wieder kriegen sie die Schmolen nicht in den Griff. 20 zu 19. Sie ist der Treffer an diesem Spiel. Kein Wurfglück von Anger hat den Ball. Entscheidung für Probsport. 24. Künzel nicht mit einverstanden. Der Wurf über außen. Aber die Städte-Sperina-Abwehr gut. Künzel mit der Hand ran. Aber Kinschel kriegt ihn nicht. Klasse. Außen rausgespielt und das Tor. Christina Schulze. 21, 19. Sie kommt kalt als Linker an den.